Hier sehen Sie die Baustellenradios Powerbox GML20 und GML50 Professional. Die weltweit ersten Baustellenradios mit integriertem Subwoofer. Beide können über ein gewöhnliches Stromnetz oder auch über Bosch 14,4 und 18 Volt Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden. Mit dem Subwoofer und den vier Lautsprecherboxen bieten die beiden Baustellenradios einen unschlagbaren Rundum-Sound. Die Powerboxen verfügen über vielseitige Anschlussmöglichkeiten. So können Sie zum Beispiel Ihren MP3-Player per USB oder AUX-In sowie andere Abspielgeräte anschließen. Zusätzlich besitzen die Baustellenradios zwei Steckdosen für noch mehr Flexibilität. Die Powerbox ist extrem robust durch den federnd gelagerten Alu-Rahmen und übersteht selbst Stürze aus bis zu drei Metern. Dazu ist sie Staub- und Spritzwasser geschützt. Zusätzlich verfügt der GML 50 Professional über einen integrierten Akkulader für alle Bosch 14,4 und 18 Volt Lithium-Ionen-Akkus. Sowie eine Fernbedienung, mit der sich das Gerät bequem steuern lässt. Baustellenradio neu definiert. 360 Grad Schutz, 360 Grad Sound. Der GML 20 Professional mit 20 Watt und der GML 50 Professional mit 50 Watt integrierter Ladestation und Fernbedienung. Der GML 50 Professional mit 20 Watt integrierter Ladestation und Fernbedienung. Der GML 50 Professional mit 20 Watt integrierter Ladestation und Fernbedienung. Der GML 50 Professional mit 20 Watt integrierter Ladestation und Fernbedienung. Der GML 50 Professional mit 20 Watt integrierter Ladestation und Fernbedienung. Vielen Dank.